Tanja Tschevchenko ist stolze Mama von drei Kindern. Nach Tochter Jona, die mittlerweile schon zwölf Jahre alt ist, erblicken im April 2021 ihre Zwillinge Leo und Luis das Licht der Welt. Und das nach mehreren Jahren eines unerfüllten Kinderwunsches. Denn nach Tochter Jona sollte die Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein. Nun, kurz bevor ihre Kleinen ihren zweiten Geburtstag feiern, teilt die Ex-Profisportlerin diese süßen Aufnahmen. Eingefangen von Tochter Jona. Darauf zu sehen, Tanja, wie sie lässig auf dem Boden sitzt und Essen bereithält. Und natürlich Leo und Luis, wie sie Hand in Hand auf ihre Mama zulaufen. Wie süß. Diese Aufnahmen verzücken nicht nur uns wirklich ganz besonders. Wow! Prima! Tanja, süß! Oh mein Gott, ich sterbe! Danach werden dann auch noch ganz mutig große Schuhe anprobiert. Ganz zu Mamas Freude, wie ihre Zeile, die sie dazu schreibt, vermuten lässt. Verrückt, wie schnell ihre Kleinsten so groß wurden. Nur eins hat sich nicht verändert. Die beiden Zwillingsjungs sind immer noch so unzertrennlich wie zuvor. Ich habe da auch noch so monstern Ausmaß von Tochteren. Herb ist nicht mehr so